Für mich persönlich waren es genau diese Histogramme, die alles weitere der Binomialverteilung verständlich gemacht haben. Und keine Frage, die 320.000 Berechnungen, die der Computer gleich für dieses Histogramm machen wird, das erwartet natürlich keiner von dir. Trotzdem soll es dir helfen, zu verstehen, was so ein Histogramm genau ist und was dort eigentlich dargestellt wird. Positiver Nebeneffekt? Mit einer solch grafischen Veranschaulichung löst man sich von den Formeln der Mathematik. Also Anreiz genug, die Dinger mal genau unter die Lupe zu nehmen. Am Anfang kurz was zu der Bernoulli-Kette, die dem Histogramm zugrunde liegt. Machen wir es uns einfach und nehmen den Münzwurf mit den beiden Ergebnissen Kopf und Zahl. Kopf soll als Erfolg, Zahl als Misserfolg gezählt werden. Wobei, das ist irgendwie ein bisschen zu einfach. Die Münze soll nicht ganz fair sein, sondern leicht in Richtung Erfolg tendieren. Kopf soll also in 70% aller Fälle fallen. Mit anderen Worten, durchschnittlich erhältst du bei 10-maligen Werfen der Münze genau 7-mal Erfolg, 7-mal Kopf. Und bei 100 Wiederholungen durchschnittlich 70-mal Kopf. Aber was heißt es schon, durchschnittlich in 7 von 10 Wiederholungen Erfolg zu haben? Zeit für eine kleine Simulation. Zunächst generiere ich eine Zufallszahl zwischen 0 und 1. Insgesamt 10 Stück für die 10 Wurfwiederholungen. Da der Misserfolg laut unserem Modell nur in 30% aller Fälle eintreten soll, wird in einer solchen Reihe nur dann das Z für Zahl angezeigt, wenn die Zufallszahl kleiner als 0,3 ist. Andernfalls ist der Wurf erfolgreich, Kopf fällt und wird notiert. Die gelbe Zahl ganz rechts zählt dann, wie viele von den 10 Würfen tatsächlich erfolgreich waren. In der ersten Zeile waren es 8-mal Kopf, in der dritten Zeile hingegen nur 7-mal Kopf. Und so weiter. Diese Erfolgszahlen stehen in einem Histogramm immer auf der x-Achse. Die 6, die 7, die 8 Erfolge bekommen also alle ihren Platz. Und na klar, hätte man ja auch nur 2-mal oder gar keinmal Kopf haben können, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. Aber hier auf der x-Achse muss man alle möglichen Erfolgsanzahlen berücksichtigen. Auf der y-Achse trägt man dann die zugehörige Wahrscheinlichkeit ab. Diese Wahrscheinlichkeiten kann man natürlich berechnen oder aber mit ein bisschen Programmieren herbeizaubern. Erneut werfen wir die Münze 10-mal und zählen, wie oft dabei Erfolg eingetreten ist. Diesen Vorgang werden wir jetzt aber nicht nur 10-mal, sondern 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal wiederholen und das Ganze mit diesem Counter hier zählen. Nach 122 Wiederholungen sieht das dann ungefähr so aus. In der 122 Wiederholung mit ihren 9 Erfolgen ist der Balken mit den 9 Erfolgen gerade um einen kleinen Anteil gestiegen. Die relative Häufigkeit von diesen 9 Erfolgen liegt nach den 122 Wiederholungen bei etwas weniger als 15%. Und so wiederholt man das Ganze dann 1000-mal, 10.000-mal und 100.000-mal. Am Ende der schönen Simulation nach etwa 320.000 Wiederholungen liegen die relativen Häufigkeiten dann so dicht bei den tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten, dass wir den Unterschied kaum wahrnehmen und das Histogramm vom Anfang des Videos entsteht. Aber wie gesagt, keine Panik, niemand verlangt von dir, dass du 320.000 Berechnungen durchführst, um so ein Histogramm zu erhalten. Die Höhe eines einzelnen Balkens kannst du viel einfacher berechnen. Für 10 Wiederholungen mit Erfolgswahrscheinlichkeit 0,7 erhältst du eine Wahrscheinlichkeit für genau 7 Erfolge aus der bekannten Bernoulli-Formel. Die 7 Erfolge müssen auf die 10 Wiederholungen verteilt werden, 10 über 7. Jeder Erfolg tritt mit Wahrscheinlichkeit 0,7 ein und bei 7 Erfolgen müssen es natürlich 3 Misserfolge sein. Diese Wahrscheinlichkeit rechnest du mit dem Taschenrechner aus und erhältst ungefähr 0,2668. Und genau diese Wahrscheinlichkeit, diese 0,2668, das entspricht der Höhe des Balkens mit den 7 Erfolgen. Ganz analog findest du für 10 Erfolge bei 10 Wiederholungen die Wahrscheinlichkeit von 0,0282 und diesen letzten Balken hier hinten. Für 6 Erfolge mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2001, diesen Balken hier. Und schließlich für 3 Erfolge mit Wahrscheinlichkeit 0,009, diesen winzigen Balken hier vorne. Halten wir also fest, in jedem dieser Balken wohnt eine Wahrscheinlichkeit. Welche genau liest du auf der x-Achse ab? Dort steht nämlich die Anzahl der Erfolge in der Bernoulli-Kette. Die Höhe eines Balkens, das ist die Wahrscheinlichkeit, genau 2, 6 oder 4 Erfolge zu erzielen. Im Prinzip kann man jede dieser Wahrscheinlichkeiten, jeden dieser Balken mit der Bernoulli-Formel berechnen und damit auch 1 zeichnen. Und wenn man die dann alle zusammen addiert, na, was kommt raus, wenn man alle Wahrscheinlichkeiten zusammen addiert? Selbstverständlich 1. Und genau wie sich diese Wahrscheinlichkeiten zu 1 addieren, so müssen sich doch auch alle Balken zur Gesamtwahrscheinlichkeit 1 addieren, oder? Typischer Satz im Matheunterricht, der dort leider nie so richtig gezeigt werden kann. Je nachdem, welche Länge n die Bernoulli-Kette hat und je nachdem, welche Erfolgswahrscheinlichkeit p sich hinter einem Erfolg versteckt, kann man die Balken wunderbar hin und her tanzen lassen. Und natürlich auch auf Eigenschaften, Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersuchen. Warum ist es beispielsweise so, dass die Balken bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,15 hier so weit vorne liegen? Und was heißt in diesem Kontext überhaupt vorne? Fragen über Fragen, die ich dir im nächsten Video beantworten möchte. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.